Und überlegener Lauberhorn-Sieger wird Karl Molito. Auf Frieda Denzer ruhen die schweizerischen Hoffnungen im Abfahrtsrennen der Damen. In den 70er Jahren ist er der Rock'n'Roller des Skisports. Roland Colombert. Hier mit Zürburgen wird Weltmeister im Riesenslalon. Großartig, Freddy Schneider! Er ist im Ziel! Bruder Kerne mit neuer Bestzeit! Ein Wahnsinnsrennen! Patrick Köden! Doppelsieg für die Schweiz! Vieles ändert sich, doch eins bleibt immer gleich. Oh mein, das ist Dominik! Die grössten Momente teilen wir im besten Netz.